Jo Leute, wo es geht? Freunde, heute geht es mal um das Thema iPhones. Wir alle kennen es, Leute. Jeder von uns hat ein iPhone oder ein Android-Handy oder Windows Phone oder keine Ahnung, was auch immer, Leute. Und wir alle kennen es ja, Leute, wir laden die Handys ja immer mit so einem Kabel. Also wir haben ja USB-C, aber die meisten iPhones oder alle iPhones haben immer noch den Lightning-Anschluss, also dieses Kabel. Während jedes andere Android-Handy hat immer USB-C. Und wir werden heute herausfuhren, Leute, weil es gibt einen Gesetzesentwurf oder etwas, was durchgegangen ist, dass dieses Kabel, Leute, dieses Kabel, was ihr seht, verbietet in ein paar Jahren. Und heute geht es um das Thema, Leute. Wir schauen uns auf dem Kanal von MoKit an, Leute. Das Ende vom Lightning-Anschluss ist aber USB-C die richtige Lösung. Und meine persönliche Meinung ist, ich glaube, das iPhone wird bald kein Kabel mehr haben. Warum das so ist, werden wir herausfinden. Let's go, Leute. Lasst ihn da oben nach oben da und let's go. Nach zehn Jahren stellte Apple gemeinsam mit dem iPhone der fünften Generation einen neuen Ladeanschluss vor. Lightning war geboren. Der Anschluss war ziemlich revolutionär. Ein kleiner, beidseitig verwendbarer Anschluss, über den sowohl Daten als auch Strom übertragen werden können. Das war echt das Coolste. Damals, ey, Leute, Real Talk. Damals, wenn man noch ein iPhone hatte, also als es dieses Kabel gab, das war das coolste Gefühl. Du steckst es rein. Es ist egal, ob es links rum oder rechts rum ist. Beidseitig geht es rein. Wer kennt das Problem noch mit Micro-USB oder mit USB generell, dass wir immer nicht richtig die richtige Richtung finden und es immer zerkratzen, weil wir es einfach falsch reinstecken. Ja, das war bei Apple schon damals nicht so. Dann kam halt USB-C irgendwann. Damit war der Anschluss dem vorherrschenden Micro-USB-Standard bei weitem überlegen und sollte laut Apple der neue Standard für die nächste Dekade werden. Im Jahr 2014 wendete sich jedoch das Blatt. USB-C wurde erstmalig vorgestellt. Ein ebenfalls beidseitig verwendbarer Anschluss, der aber noch einige weitere Vorteile mit sich bringt. So erlaubt der Anschluss zum Beispiel deutlich höhere Geschwindigkeiten beim Laden oder Datenübertragen. Was viele nicht wissen, der USB-C-Anschluss wurde ebenfalls von Apple entwickelt und auch von... Das ist die Sache. Apple hat selbst USB-C entwickelt und ich glaube, deren Ziel war es ja halt, das in ihre Produkte auch reinzupacken. Haben sie auch zum Beispiel beim AirPods-Case... Ne, warte, selbst das nicht, oder? Ich bin mir jetzt gerade selber nicht sicher. Aber beim iPad zumindest. Da kannst du mit USB-C laden. Meine Meinung, Leute, werdet ihr gleich wissen. ... von Apple zur Standardisierung vorgeschlagen. Nicht jedoch für das iPhone, sondern für das ultradünne MacBook. Nach der Standardisierung begannen aber auch immer mehr Smartphone-Hersteller diesen Anschluss zu nutzen und der Wille nach einem einheitlichen Ladeanschluss, der wuchs immer stärker. Im September 2021 schlug dann sogar die EU-Kommission ein Gesetz vor, was alle Hersteller dazu zwingen sollte, in Elektro-Kleinstgeräten eben auf den USB-C-Standard zu setzen. Apple hat sich jedoch immer wieder gegen diese Forderungen der EU gewehrt. Doch warum eigentlich, wenn der USB-C-Anschluss ebenfalls von Apple entwickelt wurde? Ja, äh, das ist die Frage. Perfektes Standbild, Digga. Oh, Mann. Also, ich dachte, es ist durchgegangen. Also, eigentlich schon, ne? Ich denke schon, das ist letztes Jahr ja durchgegangen. Ähm, ich glaube, Leute, es liegt einfach daran, dass Apple, äh, sagt, ja, wir haben bereits schon so viele Lightning-Kabel im Umlauf. Ähm, und wir werden ja irgendwann mal drahtlos sein. Irgendwann werden wir mal keine Kabel mehr haben und dieser Zwischenschritt zwischen Lightning und, äh, drahtlos, da sagt die EU, ja, das soll bitte USB-C sein. Und Apple denkt sich so, ja, aber warum sollen wir denn USB-C nutzen, wenn wir in ein paar Jahren eh kabelloses Handy haben? Oder mit, mit diesen, ähm, die man ja hier so, so Metallpunkte oder so mit, äh, MagSafe laden oder keine Ahnung mit, äh, wie heißt das Ding? Dieser Smart-Connector, genau. Diesen, äh, wo man halt wirklich, ne, physisch verbindet. Apple selbst bringt hierfür immer wieder folgendes Argument vor. Ein verpflichtender, einheitlicher Ladeanschluss verhindert neue Innovationen im Bereich der Ladetechnologie, da man ja nicht mal eben einen neuen Ladeanschluss, der vielleicht besser ist als der alte, auf den Markt bringen kann. Und darüber hinaus bringt Lightning ja auch heute noch einige Vorteile gegenüber USB-C mit sich. Wenn es nämlich darum geht, dass USB-C der neue Standard werden soll, dann wird meist nur über die Vorteile von dem Anschluss gesprochen. Schaut man hier doch... Ich kenne die zwei Nachteile. Ich kenne die zwei Nachteile. Bevor er es sagt, ich weiß einen Nachteil, ähm, die, äh, Wasserschutz, Wasserfestigkeit, die wird ein bisschen leiden an dem Anschluss, weil Lightning ist viel, viel wasserfester als USB-C. Also die Zertifizierung wird dann quasi gedowngradet. Und zweitens finde ich persönlich, ähm, ich finde diesen Mini-Port, ja, bei USB-C ist er ein bisschen größer. Und es kann sein, dass der mehr Platz einnimmt im Gehäuse. Etwas genauer hin, dann stellt man fest, dass USB-C eben nicht nur Vorteile mit sich bringt. Der Lightning-Anschluss von Apple ist kleiner, langlebiger und schützt das Smartphone auch besser gegen das Eindringen von Wasser. Ich bin leider gut informiert. Ich bin leider gut informiert. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass im Vergleich zu einem Notebook bei einem Smartphone hohe Ladegeschwindigkeiten oder eine schnelle Datenübertragung eher zweitrangig waren, dann versteht man vielleicht auch ein bisschen, warum Apple nach wie vor an dem Lightning-Anschluss festhält. Wer genau hinschaut, der wird darüber hinaus feststellen, dass Apple in allen Geräten, wo hohe Datenübertragung oder eine schnelle Ladegeschwindigkeit wirklich eine entscheidende Rolle spielen, bereits auf USB-C setzt. So zum Beispiel in deren MacBooks oder neuerdings auch in den leistungsstärkeren iPads. Lightning nutzen nach wie vor eher nur die Geräte, wo der Anschluss eigentlich fast ausschließlich zum Laden benutzt wird. Ja, das stimmt. Das stimmt in der Tat. Also vielleicht doch beim AirPods-Case auch. Wisst ihr, was mich aber ein bisschen an USB-C stört? Ich finde bei Lightning... Nehmt mal, Leute, kurz mal euer Handy, euer iPhone oder Android-Handy. Ja, egal. Irgendwas, was mit USB-C ist. Ja, beim iPhone ist da halt ein Loch. So, und da ist nichts. Da ist kein Stück, was so absteht, ne? In dem Port. Und bei USB-C, da ist ja hier, äh, dieser Anschluss hat ja hier so eine Lücke, damit der halt fixiert wird irgendwie. Und ich hab halt Angst, dass wenn man das irgendwie irgendwann falsch reinsteckt, ich weiß, das ist eine unbegründete Angst, da hab ich das Gefühl, man kann dieses Ding umknicken. Und das ist ein bisschen, äh. Man könnte also tatsächlich sagen, dass Apple immer den jeweils besten Anschluss für die individuellen Geräte auswählt. Darüber hinaus darf man aber auch nicht vergessen, dass Apple einfach ein extrem hohes finanzielles Interesse an der Erhaltung des Lightning-Anschlusses hat. Ja, okay, das hab ich auch vergessen. Die Lizenzierung, sie selber kontrollieren, wer den Anschluss bekommt, wer halt die Lizenz kauft, ist super teure Kabel. Ist euch mal aufgefallen, wie teuer so normale Lightning-Kabel sind im Vergleich zum iPad-Ladekabel? Das ist frech. Während es nämlich so ist, dass jeder Hersteller, der ein Lightning-Produkt herstellt, eine Gebühr hierfür an Apple entrichten muss, so ist es bei USB-C eben nicht so. Und wenn Apple Lightning einstellt und alles auf USB-C umstellt, dann würden sie eben diese Gebühren nicht mehr kassieren können. Dazu kommt dann auch noch immer das Argument, dass es ja jetzt schon extrem viel Zubehör gibt, was auf Lightning setzt und was dann mit USB-C nicht mehr so einfach funktionieren wird. Stimmt, okay, daran hab ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hab ja genau das Ding, Leute, hier. Damit hab ich jetzt den Vlog gedreht, Leute, der morgen online kommen soll. Ihr werdet's auf jeden Fall auf meinem Hauptkanal sehen. Und den kann man hier, also hier ist so ein Port und da kann man hier diese Kamera anschließen. Da ist dieses Ding, seht ihr? Das kann man ranschieben und dann kannst du es mit iPhone machen. Aber schlauerweise haben sie auch daran nachgedacht, für Android und so, dass man USB-C hier hat. Also ich hab beide Ports. Das ist aber nicht in jedem Fall so. Spätestens beim iPhone 13 Pro musste ich dann aber auch feststellen, dass Lightning so langsam an seine Grenzen kommt. Ich mein, jeder, der schon mal versucht hat, ein 4K-Video in ProRes von vielleicht 20 Minuten Länge von seinem iPhone 13 Pro auf ein Mac zu übertragen, sei es über das Lightning-Kabel oder auch über AirDrop, der wird verstehen, was ich meine. Und auch die Stimmen, was schnelleres Laden angeht, die werden immer lauter und hier hängt das iPhone seit Jahren ganz schön weit zurück. Was mich persönlich extrem stört, ist dann einfach der Umstand, dass es mittlerweile einfach 5 offizielle, aktuelle Ladestandards von Apple. Ja, genau, das ist es ja. Apple hat sich selbst kannibalisiert, denn die haben irgendwie einen Ladeport für die Apple Watch, die haben einen Ladeport für den Mac, ja, mit diesem MagSafe, dann haben sie fürs iPad einen Ladeport, dann fürs iPhone und über MagSafe. Und ich so, okay, warum kann ich nicht meine Apple Watch an einem normalen MagSafe-Puck laden? Oder warum kann ich nicht mein Handy an diesem Apple Watch-Ding laden? So eine Sache, ne? ... von Apple gibt. Und wenn man mal unterwegs ist auf Reisen, dann muss man im Großteil hiervon leider immer dabei haben. Im letzten Jahr gab es dann zunehmend Gerüchte darüber, dass ein iPhone vollkommen ohne Ladeanschluss kommen soll. Ein iPhone, was nur über MagSafe aufgeladen werden kann. Und da ich persönlich mein iPhone in 99% der Fälle sowieso nur über MagSafe auflade, da könnte ich mich ja eigentlich nicht beschweren. Aber, ne, so ist es dann auch nicht. Also das ist ja eine Sache, wie wir Daten übertragen. Man kann ja sagen, ja, über Airdrop. Aber wie ist es auf Windows? Wie kann ich es anschließen? Bestimmt wird Apple dann sagen, ja, MagSafe überträgt jetzt auch Daten. Und dann schließt du einfach das Kabel an und fertig. Real Talk. Apple würde das hinkriegen. Aber dieses drahtlose Laden ist auch nicht wirklich schnell. Ja, ganz ehrlich, MagSafe ist teuer. Nicht jeder mag drahtlos aufladen, denn es ist einfach langsamer als über das Kabel. Und man muss auch ganz klar sagen, dass man dadurch unterwegs noch viel stärker eingeschränkt werde. Weil wer hat denn zufällig mal ein MagSafe-Kabel dabei? Vermutlich die wenigsten. Und dementsprechend müsste man sein MagSafe-Kabel wirklich immer dabei haben und kann nie darauf hoffen, dass einmal jemand damit aushelfen kann. In der letzten Woche begannen dann einige wirklich bekannte Leaker aus dem Apple-Kosmos darüber zu berichten, dass das iPhone 15 im nächsten Jahr tatsächlich von Lightning zu USB-C wechseln soll. Und Apple tatsächlich aktuell schon iPhone-Modelle mit dem USB-C-Anschluss testet. Also ich fände es cool, weil... Aus zwei Gründen. Also, okay. Schlecht wenn ich es, weil ich dieses Battery-Pack muss ich dann mit Lightning-Kabel wieder nutzen. Dann ist das Ding nicht aktuell. Momentan, ich nutze es ja mit dem iPhone-Ladekabel, kann ich auch das Battery-Pack laden. So alles easy, alles ganz entspannt. Ähm, es wäre aber cool, weil dann kann ich mein iPhone endlich mit dem iPad-Ladekabel laden und müsste nicht ständig, ja, neues Kabel kaufen, ne? Damit hätte der Lightning-Anschluss tatsächlich, wie von Apple angekündigt, eine Dekade überdauert und man würde vor allem sich die EU-Repressalien sparen und etwas mehr Ordnung in das aktuelle Anschlusswirrwarr von Apple hineinbringen. Trotz der Vorteile von Lightning fände ich diese Entscheidung wirklich gut. Man muss zwar an USB-C eindeutig die größere Ladebuchse und vor allem auch den schlechteren Schutz gegen das Eindringen von Wasser bemängeln, aber allein die Marktdominanz von USB-C, die Möglichkeit immer nur ein Kabel eben zum Laden von iPad, iPhone und MacBook dabei haben zu müssen, überwiegt hier für mich vollkommen. Die größten Vorteile wären daher für mich auf jeden Fall folgende. Erstens, ich bräuchte an meinem Schreibtisch nur noch ein Kabeltyp und mich zwei verschiedene. Das gleiche gilt dann auch auf Reisen und vor allem, wenn ich mal unterwegs bin, nun ja, dann steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass jemanden, den ich um Hilfe frage, um mein iPhone aufzuladen, der eben das passende Netzteil und Ladekabel dabei hat. Außer du fragst so deine Großeltern, die noch ein iPhone 4S haben und die noch diesen ganz dicken Kabelbaum haben, den... Darüber hinaus finde ich es persönlich aber interessant, dass ein USB-C bzw. Thunderbolt-Anschluss im iPhone einfach noch Potenzial für so viel mehr hätte. Denkt einfach mal darüber nach. Man könnte zum Beispiel ein Display wie das Studio Display direkt am iPhone über Thunderbolt anschließen und könnte dann sein iPhone quasi zu einem kleinen Mac machen. Ich meine, die Prozessoren in den Smartphones sind mittlerweile so leistungsstark, dass das problemlos machbar wäre und in Zukunft sind solche Sachen wirklich im Rahmen des Möglichen. Bevor wir zum Fazit kommen, nochmal ganz kurz Werbung in eigener Sache. Wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, habe ich in den letzten zwei Monaten einen umfangreichen Videokurs darüber erstellt, wie man auf YouTube erfolgreich werden kann. Ich habe mir in den letzten zwei Jahren... Das wäre... Ja... Würde ich auch gern wissen. Wie kann man denn auf YouTube erfolgreich werden? ...und unheimlich viel Wissen zu diesem Thema angeeignet. Also wenn du einen YouTube-Kanal starten möchtest, sei es als Privatperson oder als Unternehmer, der sich dafür mehr Reichweite für eigene Produkte oder Dienstleistungen hofft, dann geh jetzt auf content-kit.de und starte kostenlos in meinem Videokurs. Gerne spreche ich auch mit dir persönlich deine individuelle Content-Strategie durch. Komm dafür einfach direkt auf mich zu. Cooler Service. Also wenn jemand da wirklich Interesse hat, mal was zu starten. So ich bin zu faul dafür, auch einen Kurs zu machen, zu zeigen, wie man Erfolg haben könnte. Wäre eigentlich eine Idee, ne? Ja, wäre theoretisch eine Idee, aber... Ja, dann check mal ab. So, und nun zum Fazit. Ich will ganz ehrlich sein, Lightning ist besser als sein Ruf. Insbesondere die kleinere Buchse und der höhere Schutz gegen das Eindringen von Wasser sollten definitiv nicht vernachlässigt werden. Dennoch bin ich einfach froh, wenn Apple endlich zu USB-C in allen Geräten wechselt. Das liegt insbesondere daran, dass ich einfach ein Kabel dadurch weniger im Alltag nutzen müsste und vor allem, dass es in der Zukunft möglich wäre, das iPhone schneller aufzuladen und größere Datenmengen über das iPhone hin und her zu schieben. Nichtsdestotrotz darf man einfach nicht vergessen, dass so ein Wechsel, selbst wenn nächstes Jahr das iPhone mit USB-C ausgestattet sein wird, nicht von einem auf das nächste Jahr klappt. Schaut euch einfach mal selber an, wie viel Zubehör ihr aktuell habt, was auf Lightning setzt. Tastatur hier auf meinem Schreibtisch, mein Trackpad und so vieles mehr. Das wird eine ganze Weile dauern, bis Lightning wirklich aus den einzelnen Haushalten verbannt ist und bis dahin, nun ja, muss man meistens dann doch noch beide Kabel mit dabei haben. Dementsprechend freut euch nicht zu früh, selbst wenn das iPhone im Jahr 2015 mit USB-C kommt, ist Lightning... 2015? Ah, ja gut, Zeitreisen ist real. Noch lange nicht, Geschichte. Ja, aber auf jeden Fall sehr, sehr gutes Video. Also, meine Meinung ist, ich habe das Gefühl, Apple wird wirklich... Apple ist halt so Philosophie, die wollen die wenigsten Knöpfe haben, die wenigsten Ports und ich denke, Apple wird... Wer weiß, vielleicht werden die uns überraschen. Vielleicht werden die sagen, ey, wir machen kein Kabel mehr, so kein Port mehr, wir machen auch kein USB-C. Wir machen das mit Smart Connector und darüber lassen sich theoretisch Daten übertragen, aber ja, das ist halt immer noch so ein Problem, so auch die Geschwindigkeit. Weil Apple wird niemals etwas wechseln, was langsamer laden kann als Lightning. Deswegen machen sie auch nicht Lightning ultra schnell, weil, naja, sie wollen niemals ein Downgrade von irgendwas machen, außer es ist die Akkugröße. Naja, Leute, auf jeden Fall, ich hoffe, dass es dir gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr vielleicht mehr solcher Videos sehen wollt und checkt gerne natürlich Moket ab. Ich würde auf jeden Fall sagen, Leute, wir starten, wir hören mit dem Video auf. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Eid, zock es raus, haut rein und ciao.